Die 7-Minuten-Lesereise mit einer Geschichte von Ruth Ralf Der Vollmond steht hoch am Himmel und überall im Wald ist es ganz still. Nur im alten Turm nicht. Dort wälzt sich der Zauberer Phineas in seinem Bett hin und her. Bei jeder Bewegung quietschen die Federn und auch der Bettkasten knarzt, als würden sich tausend Holzwürmer gleichzeitig hindurchfressen. Doch was noch viel schlimmer ist, sein bester Freund Charles schnarcht, und zwar so laut, dass die bröseligen Backsteinwände wackeln. Verzweifelt steckt Phineas den Kopf unter sein Kissen, aber es hilft nichts. Er kann und kann nicht einschlafen. Wozu bin ich schließlich ein Zauberer? wettert er irgendwann und wirft Charles einen wütenden Blick zu. Das Schwein grunzt nur träge im Schlaf und kuschelt sich noch ein wenig tiefer in seine Hängematte. Na schön, also zaubere ich mich einfach müde. Das sollte wohl ratzfatz erledigt sein. Phineas setzt sich im Bett auf und überlegt. Wie ging noch gleich der Einschlafzauber? Neulich hat er ihn doch noch gewusst. Ratlos kratzt sich Phineas am Kopf. Wäre er bloß nicht so vergesslich. »Charles«, ruft Phineas zum Fenster hinüber. »Charles, wach auf! Du musst mir helfen!« Es dauert einige Minuten, bis Phineas seinen Freund endlich wach bekommt. »Was ist denn los?« schnauft Charles und reibt sich die Augen. »Ich kann nicht schlafen«, beklagt sich Phineas. »Wie war doch gleich der passende Zauberspruch für dieses Problem?« »Weiß ich nicht«, brummt Charles. »Aber wenn ich mal nicht schlafen kann, hilft mir ein Betthupferl.« »Bethupferl«, fragt Phineas verdutzt. »Du meinst so was wie heiße Milch mit Honig oder Schokolade?« »Das ist längst out«, murmelt Charles. »Für die Zähne ist Tee besser.« Und schon pennt er weiter. »Alles klar«, denkt Phineas. »Aber zum Aufstehen und Teekochen ist er viel zu faul.« »Wozu ist er schließlich ein...« »Na ja, ihr wisst schon.« »Hokus pokus, kleine Fee, bring mir schnell den süßen Tee«, sagt Phineas und schwenkt den Zauberstab träge durch die Luft. »Schwupps«, schwebt eine Tasse Tee vor ihm. »Köstlich«, zufrieden schlürft Phineas den süßen Tee. Dann kuschelt er sich unter seine Decke. Doch kaum hat er die Augen zugemacht, zwickt und zwackt es ein bisschen. Phineas springt auf und flitzt zum Klo. Einmal, zweimal, dreimal. Beim vierten Mal flitzen brüllt er. »Charles, so geht es nicht. Der Tee hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ich kann immer noch nicht schlafen. Fällt dir nichts anderes ein?« »Schlafen? Schlafen wie ein Murmeltier«, grunzt Charles und ratzt augenblicklich weiter. »Hm, davon habe ich schon mal gehört. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.« Phineas schwingt den Zauberstab. »Hokus pokus, Murmeltier! Hilf mir schlafen jetzt und hier!« »Pling!« Bevor Phineas richtig begreift, was ihm geschieht, wächst ihm ein dichter brauner Pelz, wie bei einem Murmeltier. »Hu, das ist ganz kuschelig!« findet Phineas und sinkt wieder auf sein Kissen. Doch Schlaf findet er keinen. Es zieht und kratzt. Es kribbelt und prickelt. Es krabbelt so, als tanzen ihm zehntausend Füßler gleichzeitig über die Haut. »Wie das juckt!« jammert Phineas und tastet nach dem Zauberstab. Bevor er noch darüber nachdenken kann, ist schon der nächste Zauber gesprochen. »Hokus pokus, all ihr Schäfchen! Lasst uns halten, tiefe Schläfchen!« »Hm, wie komme ich denn jetzt auf den Spruch?« wundert sich Phineas noch. Da verschwindet im selben Moment das Murmeltierfell und ein feines Blöken ertönt im Turm. »Määh! Määh!« Plötzlich drängen sich lauter Schafe im Zimmer und mit jedem »Määh!« wird es eines mehr. Im Nu ist es ziemlich eng und laut, so laut, dass auch Charles davon erwacht. »Schnell! Lass die Schafe verschwinden!« sagt Charles erschrocken. »Wie war denn noch mal der Zauberspruch?« fragt Phineas entgeistert und rauft sich die Haare. »Nimm einfach den Universalspruch!« ruft Charles und wirft ein besonders dickes Schaf aus seiner Hängematte. »Ach ja!« Den hätte Phineas beinahe vergessen. »Hokus pokus, jetzt sofort! Sag mir gleich das richtige Wort!« Kaum hat Phineas den Spruch aufgesagt, da kommt ihm schon der Schafe weg wie Nix-Zauber über die Lippen. »Das war Rettung in letzter Sekunde!« Phineas seufzt erleichtert. »Noch eine halbe Minute länger und diese Wollviecher hätten uns zerquetscht!« »Kannst du denn jetzt nach all der Aufregung schlafen?« fragt Charles sanft. Phineas schließt die Augen und wartet einen Moment. »Nein!« presst er dann hervor. »Immer noch nicht!« Mit einem Satz springt Charles aus der Hängematte. »Los! Wir tauschen!« Jetzt darf Phineas in die Hängematte klettern. Sachte schwingt sie ihn hin und her. »Hin und her!« »Ist das schön!« murmelt Phineas und dann fallen ihm die Augen zu. Das letzte, was er noch hört, ist ein lautes Knarzen, als Charles sich im Bett herumwälzt. » » Untertitelung des ZDF, 2020